Hallo, ich bin die Karin Lehner, bin seit 2018 beim Danner in der Finanzabteilung beschäftigt. Meine Aufgabengebiete sind die laufende Buchhaltung, die monatliche Lohnabrechnung und die diversen Auswertungen für die Geschäftsleitung. Was meinen Job so interessant macht, er ist vielfältig, umfangreich und man muss immer up to date sein. Meine Hobbys sind Bergwandern, Radfahren, aber auch Lesen. Mein erstes Auto war ein Opel Corsa.